Wie heißen die Menschen, die so wie Jan Holger immer mit Musikern rumhängen? Na, richtig, Schlagzeuger! Ja, das macht so richtig Sinn, so drei, vier, dass ich rhythmus-Gitarrist bin, so drei, vier. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4. Wer verpasst den Einsatz und kommt immer später, hat sein eigenes Timing. Das ist Piano Peter. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4. Wer ist manchmal indiziponiert und braucht für Form und Text immer etwas länger und macht die Band komplett. Und natürlich der Sänger. Was kommt jetzt? Ach ja. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4. Ja, das macht so richtig Sinn, 2, 3, 4, dass ich Rhythmus-Gitarrist bin, 2, 3, 4.